Musik Der Loro-Pike ist berühmt für seine einzigartige Papageienkollektion. Hier werden 350 verschiedene Papageienarten und Unterarten in bis zu 4000 Exemplaren gehalten. Das Herzstück der ganzen Papageienzucht, ja das ist die Babystation. Denn hier beginnt das Leben von 400 bis 500 Papageienküken jedes Jahr. Musik Dieser kleine zehntägige Ara hat die Augen nach wie vor geschlossen. Das dauert noch ein paar Tage, vielleicht vier, fünf Tage. Dann wird er erst eigentlich das Licht der Welt erblicken und seine Augen langsam öffnen. Aber derzeit hat er erst mal noch Hunger und jetzt kriegt er auch was zu fressen. Okay? Musik So, der Kleine ist gefüttert und was wir jetzt ganz schön sehen können, ist, dass dieser Kropf, das Futterreservoir voll ist. Und von diesem Kropf wird jetzt das Futter weitergegeben in den Vormagen und in den Magen, wo es dann verdaut wird. Diese Futterreserve dauert jetzt oder hält jetzt etwa drei bis vier Stunden und dann wird wieder das nächste Mal. Musik Ja und hier haben wir zwei weitere Küken. Das ist die gleiche Art, das Blaukupfaras oder auch Gebirgsaras genannt. Die sind schon ein bisschen älter und haben schon die Augen offen. Die haben jetzt etwa 20 Tage. Musik Ja und hier in dieser Wärmebox haben wir was ganz Besonderes. Gerade mal zwei Tage alt ist dieses Küken. Wenn man hier so reinguckt, denkt man, das ist ein kleines Hühnerkücken. Ist es aber nicht. Es sind Papageien. Nur ganz wenige Papageien haben gelbe Flau oder gelbe Dunen. Die allermeisten haben gar keine oder weiße Dunen. Aber der da, das ist ein Kakadu. Und das ist ein ganz spezieller Kakadu. Wenn man den jetzt mal anguckt hier. Das ist ein Gelboerraben-Kakadu. Gerade mal zwei Tage alt. Und wenn man mal an das Schnäbelchen guckt hier vorne. Da ist der kleine weiße Fortsatz hier. Das ist der Eizahn. Und mit dem pickt das Küken etwa zwei Tage vor dem Schlupf das Ei von innen an. Und braucht dann zwei Tage, bis es dann wirklich geschlüpft ist. Musik